Atlas. Klartext. Ungeschwärzte RKI-Protokolle. Gab es gar keine Pandemie der Ungeimpften? Gab es überhaupt keine Pandemie? Die Bundesregierung gab der Wissenschaft Weisungen. Und beide täuschten gemeinsam die Öffentlichkeit. Der Bundesgesundheitsminister hatte eine Weisungsbefugnis auch bei technischen, also fachlichen Dokumenten. Im Oktober 2021 heißt es, der Minister hat allen eine Booster-Impfung nahegelegt, obwohl diese noch nicht empfohlen sei. An anderer Stelle steht, der Minister hat die doppelte Impfung von Genesenen nahegelegt, obwohl dazu noch keine Daten vorlegen. Die RKI-Protokolle enthüllen, dass es keine Pandemie im herkömmlichen Sinne eines Notstands gab, sondern eine politisch gewollte, politisch gesteuerte, herbeigetestete Pandemie-Hysterie an der sich die öffentlichen Medien und auch das Robert-Koch-Institut beteiligten. Etwa 4000 ungeschwärzte Seiten kann jetzt jedermann lesen. Davon etwa 1500 Seiten, die bisher auch geschwärzt nicht zugänglich waren. In den Protokollen, Vermerken und internen PowerPoint-Grafiken finden sich unzählige Beispiele dafür, wie Politiker, Beamte, Wissenschaftler und Pharmaindustrie in der Corona-Zeit getrickst, getäuscht und geschummelt haben. Dabei stechen sechs Bereiche besonders hervor. FFP2-Masken, AstraZeneca, die Pandemie der Ungeimpften, Kinder und Schulen, Christian Drosten und schließlich die Rolle des RKI. Am Ende hat sich immer die Regierung durchgesetzt. Das RKI hat nicht erst Wissenschaft gemacht, dann mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen die Politik beraten, welche dann ihre Entscheidungen traf. Tatsächlich war es genau andersherum. In einem Protokoll vom 10. September 2021 heißt es, die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt. Atlas. Klartext.